Ist doch Glück, dass die Menschen so sieht. So sieht man wieder an die Haare, sie hätten alle mal so müde getan. Da kann ich gucken, dass Andrea Schwarzkopf und Kelt, wer gut verdient, die Folge. Hauptsache Umsatz, jawohl. Wir steigen das Brutosozialprodukt, meine Damen und Herren, auch hier im Gelegen. Also meine Freunde, auf diesem Faden steht das schönste Wort, das es jene Schlagermusik gegeben hat. Was steht auf dem Faden? Rossa. Also bittet euch ein, wir sind jetzt nicht mehr in Gelegen. Wir sind irgendwo in Mittenamerika, in einem ganz kleinen niedlichen Dorfplatz in Mexiko. Und dort feiern wir ein Fiesta Mexi. Bravo! Bravo! Also gut, dass wir hören müssen, dass wir hier machen. Und dann wγοen ist auf dem Faden, dance auf dem Faden! Was ist da? Oder geht das? Oder geht das? Ja. Was ist da? Also? Auch. Adiós, Adiós, Adiós Adio, adio Mexico. Die Küssik, meine Somero, die Piero in Aboisoli. Nesta, Nesta, mit Iqara, und die kleinen Pazabanda, warum singen? Fiesta, Nesta, mit Iqara, essen, essen, hat die Ginawa, es gelöst. Die Küssik, meine eternenlung, ister eine megagambe samples. Nesa, Nema, eine Kulierung, dian, das Tref. Die Küssik, meine Somero, die Liedernike. Und das ZO, die Systeme steht mit der Zurück. Adio, adio ein Medi, mit Iqara, und dieidir eine gute Herausforderung. Die Küssik. ein größte Vor allem im Podsystem Man überniche Beispiele Ja, lor ist das schön, da aller Lämonisch! 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 Ja, dann! Ich herbezüge, ich herbezüge, ich meine, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Wasp' war, wasp' war, wasp' war.